Oh, eine Tür hat sich geöffnet. Dann gehen wir durch diese Tür. Lass mich gehen! Ich sagte, lass mich gehen! Hey, wer bist du? Au, was machst du? Idiot! Häh, du? Häh, häh. Was? Häh, 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 häh. Koneo? Häh, häh, häh. Ich hab endlich ein neues Mädchen! Zwei, um genau zu sein! Häh, 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 häh. Zwei? Hey, lass mich los! Das wirst du noch bereuen! Häh, 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 häh. Ne, erst mal truhen. Dann laufen wir dem hinterher. Blitzwind? Alexia, was ist denn Blitzwind? Lol? Äh. Hm, okay. Da ist er! Das ist Koneo! Lass ihn nicht entkommen! Hallo! Da sind wir auch! Angriff! Ja! Aha! Super! Koneo, du bist... Du bist ein echter Hengst! Ohne Scheiß, Alter! Jetzt darf ich mich mit denen rumplagen. Schüss, Hundesohnen! Ah! Nicht so ohne! Ja, komm! Gib's mir mit euren Granaten, Alter! Da! Oh! Vincent! Bam! Tot! Ich hab' gesagt, tot! Ja, schick ihn auch noch schlafen! Ne, doch nicht! Ja, der schläft doch schon! Bam! Bam! Tot! Also, es gibt echt... Das sind die härtesten Schindlersoldaten, glaub' ich, im Game. Weil die einfach so behindert sind, wenn du keine Materie hast. Normalerweise wären die jetzt schon dreimal gestorben. Ja, vielleicht auch nicht, aber... Die wären trotzdem schon tot! Ja, sehr schön! Ja, komm, schick den... Schick den... Ah, gut. Vincent hat eine sehr hohe Reakt... Ähm, ähm... Ähm... Eine sehr hohe, hohe... Ähm... Resistenz gegen dieses Zeug. Ah, jetzt sind alle betroffen. Gratuliere! Ne, die gute Tiefe hat was gegen Dunkelheit. Oh! Tiefe Haut rein! Gib dem! Ja, toll! Gib uns ne kleine Granate, ist klar. Mégstens machen die jetzt nicht so den Schaden, dass sie mich gleich aus... Äh... Äh... Umhauen, aber... Naja... Ne? Nervig sind sie schon ein bisschen. Ja, komm, Schläfer klaut einen. Ist klar. Ist klar, ne? Bam, bam! Ja, Tiefe tötet sich wieder alle. So muss das sein. Ich sag euch... Tiefe for the win! Ah! Göttlich! So, jetzt... Koneo suchen. Noll? Okay, so geht's natürlich auch. Das heißt, wir legen mal eine kurze Pause ein und gehen dann gleich weiter. Also... Jetzt nicht direkt im Play, sondern... Also im Play, sondern die Pause. Nicht jetzt direkt hier im Let's Play, ne? So... Eine Aufnahme. Uuuuh! Komm schon, schneller! So... Hmm... Renu... Root... Elena... Hmm... Dieser Koneo hat eine Menge Geschick im Flüchten. Elena... Lass uns gehen, Root. Wir zeigen denen, wozu Torks in der Lage sind. Hört sich nicht schlecht an. Wenn er Elan in der Hand hat, dann wird's schwierig. Und? Okay. Koneo hat Juffi entführt. Und ohne Juffi haben wir keine Chance, unsere Substanzen zurückzukriegen. Verstehe mich nicht falsch. Ich hab nicht vor, euch beizutreten. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe. Das ist alles. Einverstanden. Ich hab auch keine Absicht, mit den Torks zu kooperieren. Also dann, in welche Richtung ist Koneo abgehauen? Hm, das ist eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Das ist der Ort, der am meisten auffällt. Die Pagode! Die Pagode! Nein, das ist nicht die Pagode! Was ist es dann? Das ist so ein Speicherpunkt eigentlich. Loll, der fällt mir ja immer mal richtig früh auf. Nein, das ist der Da-Ciao heißt der, glaube ich, nochmal so. Der fällt wirklich am meisten auf. Weil da drei komische Typen stehen, äh, oder fünf komische Typen stehen mit, mit... Auf Steingehauen. Endlich bist du hier. Wir werden uns aufteilen. Tu, was du willst, aber bring Alana nicht in Gefahr. Keine Angst. Wir werden dem Mädchen nichts tun, Juffi. Im Moment. Genau, rück mal deine Strähne zurecht, du kleiner... So, da gehen wir lang. Die Tür geht natürlich hier lang. Da hat Ruth schon gesucht. So, das ging ja schnell, ne? Lass mich gehen! Lecker! Fabelhaft! Ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Was nun? Soll ich mit ihr gehen? Hey, hey, ich gehöre zu den Turks! Ich glaube ja nicht, dass du dir sowas leisten kannst. Oder vielleicht mit ihr? Oh Mann! Hätte ich gewusst, dass das passiert, dann hätte ich das Abseiltraining wohl ein bisschen ernster genommen. Haha! Juffi, Training zahlt sich aus. Hm. Ich habe mich entschieden. Meine Gesellschaftspart... Was? Gesellschaft... Gesellschaftlerin für diese Nacht soll... ... ... ... ... Geh nach Hause! Okay, das reicht. Huh? Was geht hier vor? Wer ist da? Tada! Wir sind's! Oh Mann! Cloud! Lang nicht gesehen. Sag nicht, du hast... ... ... ... ... ... ... ... Was du tust. Auch die idiotische Art, wie du's tust. Sei still! Keiner von euch weiß, äh... ... 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 Das ist eine lange Geschichte, aber... ... ... Warum hast du keinen, ähm... ... Was? Hast du meinen kleinen Raps getötet? Was? Ihr werdet mit meinem neuen Haustier spielen. Dann kommt ihr mir nicht auf die Suche, ähm... ... Was? Nicht in... ... Äh... ... Was? Dann kommt ihr mir nicht in... ... äh... ... bei meiner Suche... ... nach einer neuen Braut in die Quere. Mann! Ist der Text ver... ... äh... ... verquackt. Damn it! Raps! Yeah! So, und der nächste... ... äh... ... super Endboss Fight. Ja, ha, ha! Ist klar, ne? Ist klar. Keine Substanzen, aber ein Endboss. Ja, der gibt uns 4400. Ist klar. Ist klar, mein Guter. Bam! Ja, gib... ... gib tiefer 4400. Gib tiefer 4400. Wenn die Limit kriegt, Alter. Ich sag dir... ... die wird dich auseinandernehmen. Die wird dich kopfüber machen. Ah, Ero 3. Das ist der einzige Zauber, den ich noch nie... ... äh... ... also den du nicht als Materie kriegst. Muss ich mal so dazu... ... wtf... ... wtf... ... Ja, komm, tötet nochmal Cloud. Das kackt doch an, Alter. Ja, tötet den nächsten, ist klar. Das wird eh nichts.